ah ich weiß aber auch nicht mehr warum habe ich die fetten mal vor mir ich doch nicht nur aus dem weg dieses lenken hier möchte jemand noch mich überholen warum gibt es dir keine abkürzung ein bisschen gespielt tschüss ja guck mal wie weit die formier rutschen und dann weiterfahren könne und wie gibt es da bin ich direkt in den reinge das mit euch denn los mit dem banan ist das sein er ja darum geht es auch in gehen darum geht es auch irgendwo hin ja andere anders kommt wieder weiter die musik grad ne total gorgi alter früher schon geschafft dass ich von steine schlagen würde oh mein gott normalerweise sollte man auch bremsen aber irgendwie mache ich das nicht nein trifft mich nicht ehrlich ja und durchgekommen ist wegen irgendwas ausgerutscht keine ahnung was ich glaube ich habe es der beschissenste klapp aller zeiten zu machen was du willst guck dir mal wo drei zwei und eins sind ja hübs ja toll das ist so zum glück wurde das in den neuen spiel verbessert ja dass sie nicht mehr dagegen fahren sondern gleich anvisiert werden mit dem roten joshi doch gekommen ist schon wieder wegen was ausgerutscht keine ahnung was oh mein gott es war eine gerade strecke kommen wo ich mal so den dingen durch verfahren kann hier hier kannst du in der kohle hier fährt dann einfach rüber gar jetzt gibt es erstmal nur ja was war das denn hast du gesehen wo die schildkarten hast gesehen instant wurde ich im abbrimst aber echt instant abgebremst wurden nicht in den dicken rein schon wieder ein sechster perfekte scheiße und jetzt kommt auch noch vario an und mario auch noch boah wie schnell mario ihn einholt alter schwede ja dann gefühlt stufe zu vom hatte ich kann es doch nicht mal das leiden einsetzen weil du angst dass das runter fliegt abgekommen ne kleiner saftsack hoffentlich gibt es jetzt an der fliegt wegen der hure bin ich runter ja noch als zweiter gerutscht wo man aus dem wieder runter gesetzt wird und ich habe da oben wo ich eigentlich hingehörte nö am anfang von dieser scheiß frauze hier mich interessiert nicht ob du zweiter bist aber mich mich aber nicht im stern auch reingerutscht der scheiß kapp ne der ist richtig die des ist richtig mies hast gesehen wie ich abgebremst wurde wieder ja das ist aber gut ich bin halt auf dem berg ne oh mein gott was für ein scheiß kapp ja der ist richtig mies also ich spiel lieber gerne den dritten und den vierten noch ne aber den insbesondere das jetzt wenn wer kommt jetzt bowser oder peach wieder keine punkte sechs punkte was sollst du denn sagen willst du mich verarschen ja mein gott bin ich vierten und nicht mal wo ich dann auch bin vier oder vierter da war ich nicht ja es kommt jetzt jedes mal habe ich eine fette sauf vor mir geht mir aus dem weg tschüss das war gut ey du pisser ja das war gut hast du echt nein das war nicht gut ja Yoshi du schubst mich auch noch alter was ist jetzt los du bist behindert lenke ich dich irgendwie so mit oder so nein tust du nicht mach das nämlich auch aber sie sind ja beide in die wiesen da einmal reingerutscht ja ich weiß und ja toll jetzt habe ich schon wieder nichts bekommen Arschflash ey dafür kann ich jetzt aber nicht dass du so weit hinten nichts mehr bekommst ja 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 jetzt kannst du einholen jetzt kann ich einholen ist klar ich bin zwei große vor mir wie er mit einmal den Zauberstern eingesetzt hast hast du das gesehen ja tschüss ich darf das eh nicht mehr setz doch ein nein setz doch ein mach doch wenigstens ich habe noch kein bedürfnis danach einer kriegt einen pokal jetzt habe ich ein bedürfnis danach mhm wenn die beiden sich überholen in der zeit hättest du die anderen beiden auch mal einholen können schneller schau mal bei der ein afi ja vor dir ist h 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 mhm h h h h h h h doch wenn ich bin ganz weit hinten dafür müsste es erster werden will auch nichts bringen und genauso wenig was mein gott der karte das sind für ein schlechter kappen total mieser kappen extrem schlecht tschüss guck mal wie schnell der wieder fahren kann ja klar gar nichts machen bremsen reindrücken wenn du schon von hinten ein siehst und dann machen wir aber hast die letzte runde war deine schnellste schön bringt aber nichts leider wird ich noch zeit gefahren weil ich keine punkte gar keine ich kann noch auf den zweiten landen doch ich lande auf den zweiten war das ich beim letzten mal auch mit null points warum riebst du denn so war ich nicht da müsste eigentlich joshido stehen nein das ist immer noch vierter nein rosa auf anderen seite ab unten bei euch stand der pause auch mit zwölf punkten da ist mir doch scheißegal aber nicht blablabla 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 naja gibt es wenigstens silber wieder nö der kapp ist so kacke ne diesmal letztes Jahr bist du noch nicht mal vierter halt's maul warum halt's maul erzähl mir sowas nicht will ich gar nicht wissen ich bin jetzt angephrased den der blablabla gratulation im db bei mario mario kart heißt ja na gut leute wobei der kapp ja nicht so gut abgestimmt aber würden wir sagen bis zum nächsten kaffee und tschüss